bei mir sagt er das anja aber ich hab keinen bock zu kämpfen doch die nerven renn weiter hier nimm mal clap clap geschoss gegner erschossen spaß die neue waffe hier ich habe eine laserwaffe smg ich weiß gar nicht ob man diesen sound von den dinge abschwingen kann aber ich glaube man schon bei der lenz und zu ich komme ich komme ich komme jetzt was auf laser klar oh ich krieg einen sniper bonus das ist auch wenn du kostet immer einen bonus jetzt zusätzlich so clap trap ich dachte am anfang der ist wirklich kacke aber der irgendwie irgendwie mein inventar ist voll wir brauchen irgendwas zu verkaufen mein inventar ist auch voll aber irgendwie bist du scheiße hm du musst mir sagen boah ey herrlich money 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 hoffentlich gibt es irgendwo wo wir spielen können vielleicht leider nicht ich will spielen weiß man leider nicht ich geh direkt hier rüber vielleicht vielleicht auch nicht weiß man leider nicht du weißt das bestimmt schon ich kenn warum soll ich das denn wissen bisschen keine Ahnung du bist bescheinert also erstmal komisch dass man ein spiel komplett wie wir blind spielen oh ne komm das gemüse wir müssen schon da oben starten oder das überleben wir nicht nein da hinten ist irgendwo da hinten geht es weiter ah ja spring doch traur dich hm also ne wo komm kumpel ja was gehört du sollst du mal sind die dinge die da rauskommen der gar nicht nervig nein überhaupt nicht kommst du denn da drauf gemacht ich hab keinen bock mich auf zu halten ja jetzt klonen sie klein sich noch ein paar xp punkte aber irgendwann nervt das schon wieder meine power attacken einführen oder sowas aber ich darf ich will bis zum hinteren schaffen da muss schon abpassen waren abspringt hier hier ist das direkt vor meine fresse gesporent ich habe keinen bock gibt mir was geiles geben was geiles ich habe aufladen vor die nerven ihrer das passt zu uns ihrer da ist nieder das graf das graf doch sterben na komm dein scheiß punch sprüngen das jetzt hauen sie ab ja kick mich doch hier ja tschüss erstmal waffe wechseln naja meine störung ist so ein bisschen komisch damit wenn man springt so schwammisch und schwammelig die beiden war explosionsfass okay alle krepper alle krepper und jetzt hier unten auch komm mal hier hoch da sind schäle stücklich muss ich echt aufpassen ja das musst du wohl die dinge sind offen gewesen ich hab's nur aufgemacht mehr nicht mehr habe ich dann nicht gemacht das ist ein ernst jetzt sauerstoff wiederbeleben ich habe scheiß ich hab jetzt nämlich noch 50 prozent ich glaube ich kann es ist klar die sauerstoff reserven aussagen wir müssen das mal weiter kumpel was gibt es ich will es gerne ausprobieren was sauerstoff hast du noch 104 hattest du eigentlich auf irgendwas eben drauf geschossen meinst du so eine eisexplosion ja leider so verführt ja ja und weiter die war da warte mal ja das ist sie muss ich gehe mal beleidigen das war der kammerjäger ich möchte dir danken dass du captain thorsons letzten willen erfüllt hast komm zu den folgenden koordinaten wir arbeiten wir jetzt mit der zusammen oder was ich weiß nicht ist das nel ja nel und gibt es denn auch da das verkaufen ja wo doch zeit was denn was verkaufen ja dann kann ich mir was los werden ja persönlicher gegenstand da bin ich nur schrott da bin ich nur schrott